Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, zuerst hatte ich probeweise für unsere Gäste Toilette die Halogensputz ausgetauscht. Das warme helle Licht überzeugte uns. Daher haben wir kurzerhand die Technik auch auf das Bad und die Küche ausgeweiht. Jetzt sind sie in drei Wochen vergangen, alle Lads sind wohl auf und wir sind immer noch zufrieden mit der Lichtausbeute. Drei Reservelets hatte ich vorsichtshalber zusätzlich gekauft. Bisher sind keine Ausfälle zu beklagen und ich hoffe, dass ich die Reserveexemplare nicht benötige. Ich habe vor, mich in einigen Monaten hierzu wieder zu melden. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.